www.vinyl-recording.de Herstellung von einzelnen Schallplatten, von CD zum Vinyl. DJs, Produzenten und Schallplattenliebhaber aufgepasst. Hier gibt es Schallplatten-Unikate. 12 Zoll, 10 Zoll und 7 Zoll Platten sind möglich. Auch für Jukeboxes geeignet. Die Platte wird 1 zu 1 von der Quell-CD hergestellt. Lasst euch bei Timitos Records beraten und stellt euch eure eigene Schallplatte zusammen. Weitere Infos auf www.vinyl-recording.de All right, jump, 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 everybody. Bis zum nächsten Mal.